Sie haben das Chaos auf den Straßen gesehen. Wir müssen ein Exempel statuieren oder Frankreich wird fallen. Ich versprach Ihnen enorme Erfolge. Was tragen Sie denn nur für ein Kostüm? Das ist meine Uniform. Wie ist Ihr Name? Napoleon. Hat sich der Lauf meines Lebens gerade geändert? Napoleon? Ich bin zu Großem bestimmt. Aber die Mächtigen betrachten mich nur als ein Schwert. Ich schlage vor, dass Sie den Thron besteigen. Als König. Wollen wir abstimmen? Lange der Kaiser! Dieses Ungeziefer hat die Welt als Geisel gehalten. Du hältst dich für bedeutend. Du bist nichts ohne mich. Ganz Europa vereint seine Kräfte gegen mich. Was wird passieren, wenn du nicht gewinnst? Eins! Das ist deine Falle! Ich bin der Erste, der es zugibt, wenn er einen Fehler macht. Aber ich mache einfach keine.